Moin und herzlich willkommen zurück zu Ark Storytime! Wir befinden uns hier am wunderschönen Megatherium-Turm, den haben wir gestern im Stream gebaut. Ich zeige euch den mal kurz, damit ihr wisst, was sich verändert hat. Also im Prinzip ist das Ganze einfach nur so ein Turm, wo die ganzen Megatherien draufstehen, die wir jetzt quasi züchten und dann fallen die Kinder hier unten rein in den Turm und laufen hier nicht mehr einfach so durchs Gebüsch durch und so weiter. Wir finden die dann einfach und idealerweise sollten wir eigentlich auch noch den Boden reinziehen, damit man die wirklich gut sieht, weil die Sträucher halt noch so hoch sind. Lecker! Und ja, so haben wir halt alle Megatherien dann beisammen und wir haben jetzt hier schon ein Boss-Megatherium quasi drinstehen. Wobei das, glaube ich, kein Boss-Megatherium bleiben wird, weil den haben wir gar nicht imprintet und das ist nicht schlau gewesen. Aber so ist es auf jeden Fall. Das haben wir gestern im Stream gebaut. Stream habe ich gestern über YouTube einfach angekündigt, über ein Video. Da einfach aufmerksam sein, wenn ihr dabei sein wollt. Ja, das heißt, die Zucht für die Brutmutter ist quasi gesichert. Da wird es dann bald losgehen. Und heute können wir folgendes machen. Es gab jetzt auch schon länger kein Ark-Storytime mehr. Schon über eine Woche, beziehungsweise genau eine Woche. Das heißt auch, ich habe genau eine Woche nicht aufgenommen. Wir werden auf jeden Fall heute eine Höhle machen, aber vorher müssen wir noch was anderes tun. Wir sollten uns, glaube ich, mal so ein Schweinchen zähmen, damit wir heilen können. Und ich würde sagen, wir fliegen dafür einfach mal los. Ich habe wieder ein bisschen was markiert, holen wir uns kurz weg, zähmen das Ganze dann. Wir brauchen das aktuell, damit wir ein bisschen heilen können. Weil wir haben den Tuso noch im Wasser stehen. Der heilt sich gerade ein bisschen selber. Aber ich glaube, der ist erst auf 15.000 Leben und hat insgesamt 45.000. Das dauert also noch ein bisschen. Da würde ich sagen, dass wir da einfach mal ein bisschen nachhelfen. So, da vorne ist es. Ich glaube, ihr seht nicht ganz so viel zack gepackt. Damit fliegen wir jetzt einmal eben schnell nach Hause. Wir wollen nämlich heute in die erste Unterwasserhülle. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Tuso, der komplett hoch ist mit dem Leben. Deshalb ziehen wir uns heute mal so ein schönes Schweinchen weg. Ich würde sagen, mittlerweile kennt ihr das Prinzip. Also haben wir einfach mal rein und legen mal den schönen hier. So, da liegt er, der gute Junge. Wir sind übrigens mittlerweile auf dem Server gewechselt mit dem Spielstand. Und dadurch stehen ab und zu mal einige Pfeile leider nicht rein. Das ist eben ganz schön knapp geworden. Da haben 30 Pfeile nicht gereicht. Plus die Schockdarts muss ich noch auspacken. Fünf Stück. Haben wir jetzt auch erfahren, dass das also so ist, dass einige Shots einfach nicht reingehen dann. Ist dann halt einfach so. Muss ich mich wieder dran gewöhnen. Ich glaube, die sind ziemlich verfressen. Und irgendwie geht das Torpo auch so schnell runter. Mal gucken, wir packen erstmal ein bisschen was rein. Nicht, dass dann am Ende irgendwie alles weg ist. Okay, es geht aber wieder super schnell. Weil immer noch Singleplayer-Einstellung. So, fertig. Das ging schnell. Nennen wir einmal einfach Pumma. Ich glaube, die Werte sind auch gar nicht so schlecht, ne. 31 in Hunger ist ja ganz gut. Da brauchen wir den auf jeden Fall auch den Wert. Können wir dann auch noch weiter hochleveln. Und vor allem können wir zum Schluss, wenn wir noch welche für den Boss halt machen wollen, noch einen zweiten zählen und die dann einfach paaren und dann imprinten. Da ist es auch nochmal höher. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie was zu essen für ihn rankriegen. Damit wir den netten Herrn dann auch versorgen können, wenn er gleich den Tuso hochheilen soll. So, ich habe mal um die 1000 Fleisch jetzt gesammelt für das schöne Schweinchen für Pumma. Ist jetzt ausgestattet mit einem Sattel und theoretisch sollten wir irgendwie hochheilen können. Muss ich gleich mal ausprobieren, wie genau das ging. Uh, das ist aber gleich nicht schnell. Oh, kann springen. Okay, alles klar. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass er springen kann. So, ich bin soweit eigentlich vorbereitet. Theoretisch sollte ich vielleicht nicht wieder die guten Sachen mitnehmen, aber werden wir unter Wasser sterben? Hallo, nicht schubsen. Dankeschön. Wahrscheinlich endlich. Ist ja klar. Also, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist unser Basilo. Der sollte genügend Leben haben. Welcher... Hier. Level 153. Der Puzo ist momentan irgendwo im Wasser und heilt sich noch hoch und dann brauchen wir noch eine Taucherausrüstung. Am besten reparieren wir die auch einmal. Dann nehmen wir auf jeden Fall zwei Stück mit. Noch vorbereitet habe ich medizinisches Gebräu, das nehmen wir mit. Kann man immer gebrauchen. Und wir werden auch nochmal diese Lazarusuppe mitnehmen. Um die nochmal zu nehmen, ich glaube, dann greifen uns die Viecher generell eher weniger an oder sehen uns nicht so schnell, wie auch immer. Basilo habe ich dabei. Wir nehmen diesmal keine Schlafsäcke mit, weil wir sind eh in der Nähe von der Base. Also würde ich sagen, fliegen wir einmal zum Wasser. So, gucken wir mal generell, wie nah wir jetzt mit dem Tuzo hier ans Wasser rankommen. Ans Wasser wahrscheinlich. Ans Ufer meine ich. Der ist immer noch sehr angeschlagen, hat aber auch aktuell kein Futter im Inventar. 17.000 Leben. Steht schon seit Anfang der Folge hier. Das müsste ja nah genug dran sein. So, wie war das jetzt? Rechte Maustaste? Ja, scheinbar. Oder? Jupp. Sehr schön. Okay, es geht relativ zügig. Vielleicht haben wir Glück und er kriegt sich nochmal vollgefressen. Okay, er hat nicht genug Fressen, um weiterzuhalten. Aber wir können doch theoretisch ihm das einfach wieder vollballern. Richtig, richtig. Das machen wir einfach. So, wir haben den Tuzo jetzt auf 37.000 Leben hochgeheilt bekommen. Mehr geht aktuell nicht rein. Das sollte aber trotzdem ausreichen. Der Tuzo ist ja auch nur dafür da, dass er ihm unten in der Höhle gegen den gigantischen Alphamoser Level 400 kämpfen kann. Und den kann er eigentlich grabben und wird deswegen nicht so viel Schaden nehmen. Das sollte also ausreichen. Wir schmeißen mal Pumba wieder ins Floß. Das ist noch ein ganz altes Floß da mit dem Beherge kommen damals. Und haben quasi so unsere Anfänger hier gemacht. Den Agi können wir eigentlich auch da mit reinstellen. Das heißt aber für uns jetzt auch, dass wir ihn noch einmal wieder einpacken und dann gleich mit dem Basilio losziehen als erstes. So, hier sieht es auch ganz gut aus. Einfach mal... Darf ich noch nicht? Hier vielleicht? Yes. Einfach mal rausschmeißen. Wir hauen uns auf jeden Fall mal eine Latsachrußruppe rein. Zähnen die ganzen Kladderadatsch an, die man von der Taucherrüstung anziehen kann. Und würde sagen, wir ziehen einfach los auf unserem Basilio und machen uns mal auf den Weg Richtung Höhleneingang. So, hier ist er doch auch, glaube ich, schon. Ja, sehr gut, hier geht es rein. Ein bisschen nur gucken, dass wir wieder hochkommen, damit wir keinen Schaden mit dem Basilio nehmen die ganze Zeit. Das ist ein bisschen fies jetzt hier. Kommt da mit dem Druck nicht klar. So, wir sind drin, Leute. Und auf einmal wird es auch hell. Nice. Okay, ich kenne mich selber nicht aus. Ich habe die Höhle bisher einmal gemacht. Und da hatten wir quasi einen kleinen Guide dabei, der uns dann sagt, wo es lang geht. Okay, noch ist gar nichts los in der Höhle. Oh, da kommt jetzt ein Hai. Oh, da ist der Einfermoser. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Da wollen wir nicht. Der kommt hier aber, glaube ich, nicht durch. Den habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Wir sind letztes Mal auf einem ganz anderen Weg irgendwie gekommen. Wo kommen denn auf einmal die ganzen Dinger her? Kommt der hier durch? Nein, der kommt hier nicht durch, oder? Das ist mein ganzer Plan hinüber. Ich glaube, der kommt hier nicht durch. Ich bin anders geschwommen diesmal. Wir sehen ihn auf jeden Fall nur. Und der müsste ein sehr hohes Level haben. Okay, und der Wasserkämpfe sind nach wie vor einfach mega komisch. Oh, die Megalodon sind da auch überhoch. 170, 190. Alles klar. Kein Wunder, dass ich da so lange reinhauen muss. Kann man ihn doch auch. Bei Silo ist noch aufgestiegen wieder im Leben. Äh, im Level. Das wird dann aber auf Leben hauen. Okay, ich spring einfach mal ab, weil das hier tatsächlich ein roter Drop ist. Geselle, hergestellte Pistole. Okay, ja, das ist eine... Ah, das ist nicht mal eine Blaupause. Okay, schade. Guck mal hier. Oh, holy. Da ist ja auch alles voll mit den Viechern. Okay, okay, okay. Wir sind jetzt quasi schon beim Artefakt, aber ich würde gerne die Höhle noch weiter erkunden. Ah. Wir checken mal eben den Alphamoser ab. Ach, der ist level... Warum ist der Level 54 nur? Bei uns auf dem Server war der einfach level 400. Singleplayer-Einstellung? Fragezeichen. Ha. Oder sind wir noch gar nicht da, wo das Artefakt ist? Das ist die nächste Frage. Ich würde hier halt ungern gerade reinschwimmen. Ich würde einfach gerne jetzt hochschwimmen gerade. Okay, vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen bei... Ich nehme jetzt einfach mal den Tuzo raus und versuche dann damit den Alphamoser wegzumachen. Ich glaube, wir sind noch gar nicht an der Artefaktstelle, wenn man nicht alles täuscht. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Wo ist der Basilo? Irgendwas passiert auf jeden Fall. Das ist nicht gut. Es sind viele Aale. Hat nicht genügend Ausdauer, um anzugreifen. Der Basilo ist da mittendrin. Ich weiß gar nicht, was abgeht gerade. Ich habe halt gar keine Ausdauer mehr. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich kann halt nicht angreifen. Ich kann gerade gar nichts machen. Ich habe gesagt, ich sterbe nicht unter Wasser und jetzt so... Ich habe den Alphamoser aber immer noch dran hängen. Wo ist denn der Alphamoser jetzt hin? Der ist jetzt irgendwo in der Welt drin oder was? Ich würde allgemein gerne mal gerade mich hier wegbewegen. Ich hänge selber irgendwo fest. Jetzt geht's. Vielleicht ist der Tuzo auch ein bisschen zu groß hier. Scheiß. So, jetzt haben wir doch mal ein bisschen Schaden hier gemacht. Los. Noch mehr. Los. Alles wegmachen jetzt hier. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir mal ein bisschen die Kontrolle jetzt hier auch gewonnen. Ist der Alphamoser jetzt abgehauen? Ah, endlich. Das Schlimmste hier drin sind gerade die blöden... Die blöden Adel. So, da kommt er wieder zurück. Jetzt packen wir uns mal den Kollegen von Moser hier. Der hat aber schon gefühlt keine Lust mehr. So, soviel zu dem Thema. Haben wir. Haben wir jetzt die Perlen bekommen? Ey, wir müssen jetzt absteigen. Und liegt jetzt so eine blöde Tasche im Wasser rum oder was? Okay, haben wir jetzt keine Perlen bekommen. Wir gehen zurück. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon die Orientierung verloren. In der Höhle. Ich wechsle, glaube ich, jetzt gerade mal wieder auf den Moser. Ja, auf den Basilo meine ich. Damit habe ich mich ein bisschen wohler gefühlt. Einen roten Drop haben wir mitgenommen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es gibt irgendwie ein was... Es gibt einen Landweg. Es gibt aber auch irgendwie einen Wasserweg. Ich habe keine Ahnung, auf welchem Weg wir jetzt gerade sind. Wir waren auf jeden Fall noch nicht beim Artefakt. Ich dachte, wir wären halt super schnell da gewesen. Ah, okay. Ich glaube, von hier kamen wir letztes Mal, als ich hier war im Stream. Okay, okay, okay. Das sieht aus, als wären wir hier gewesen. Hier ist auf jeden Fall eine Explorer Node, glaube ich. Ich steige mal ab. Der blöde Tuso macht halt irgendwie gerade, was er will. Oder? Verdammt, ich weiß es nicht. Irgendwo ging es hier rein. Wir müssen... Irgendwo geht es hier hoch oder so? Ja, halt für die Notiz. Aber das war es nicht. Ich glaube, hier hinter geht es jetzt nicht lang. Okay, irgendwo ging es rein, auf jeden Fall. Irgendwo muss so eine Art Vorsprung sein, von dem man aus dann weiterlaufen kann. Ich meine, definitiv nicht den hier. Also das hier kenne ich auf jeden Fall. Hier war ich schon mal. Aber die Frage ist jetzt... Wo ging das hoch? Da nehme ich aber gerade viel Schaden. Passend, dass der Tuso nicht stirbt. Aber aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Diese blöden Aale, die sind so heftig. Die sind einfach viel zu stark, finde ich. Das werden auch immer mehr. Und die haben auch immer so eine Verbindung zwischen sich, wenn die angreifen. Ah, hier ist es, glaube ich. Ich glaube, hier ist es. Hier kommt man doch irgendwo hoch. Hier kommt man hoch. Ach, der Vasilu folgt der Deus den Tag. Wo ist der Deus den Tag da? Okay, die folgen sich gegenseitig. Das ist jetzt nicht so gut. Die folgen am besten mal beide mir. Und dann niemanden mehr. Dankeschön. Aufreibend, diese Höhle. Nervend aufreibend. So. Wer mir nicht alles täuscht. Ist das jetzt der Landweg zum adfraktesten Blauer Drop? Ach, die Pistole sogar als Blaupose und Megalosaurus-Sattel brauchen wir, glaube ich, nicht. Lassen wir stehen, beziehungsweise holen wir raus. Ja, dann können wir ja irgendein Dino gleich reinpacken, notfalls. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist. Ich verhungere. Oh doch, das ist der richtige Weg. Ist das adfrakt da? Hier so eine Explorer Note. Wir checken das mal ab. Das adfrakt müsste irgendwo hier unten im Wasser sein, bin ich der Meinung. Aber ich trau den Braten nicht ganz, weil normalerweise ist hier halt ein High-Level-Moser drin und bewacht das Ding. War zumindest bei uns so. Hm. Tuzo Teutis. Nice. Hier, wir schauen mal. Doch, ein paar Megalodons. Einer. Ach, da ist das Artefakt. Ja. Nice. Also alleine sollte ich mich da nicht reinschmeißen. Ich könnte theoretisch zuschwimmen, ohne jetzt irgendwas zu töten. Das würde funktionieren, wenn ich nicht zu nah an die Megalodons ran kann. Aber aktuell sind nur Megalodons hier drin. Kein einziger. Qualm sind noch da ein paar. Oh doch, da ist der Moser. Ich habe ihn einfach nur nicht gesehen. Aber kein Alpha. Es ist einfach nur Level 13er. Okay. Okay. Also das heißt doch für uns ganz einfach, Pokéball raus, Pokéball rein. Let's go. Ich finde die unter Wasserhöhle übelst gruselig irgendwie. Okay, wahrscheinlich geht es gleich übelst ab, wenn ich da reinspringe. Gucken, ob wir noch ein bisschen runterkommen. Ist ja näher ran irgendwie ans Wasser. Ah ja. Dann habe ich euch von oben gesehen, ja? Freunde. Glaubt ihr wohl selber nicht, dass ihr jetzt hier lebt, oder? So, das war's mit euch. Weg mit euch. Schmutz. So, wir ziehen uns mal kurz einmal darüber. Man soll das hier angeblich auch über den Wasserweg erreichen können. Das heißt ja, eigentlich ist da nur noch die Öffnung im Boden vielleicht da, die einen dann irgendwo hinführt. Das sieht so aus. Okay. Alles oder nichts, würde ich sagen, ne? Tadeus ist da. Tadeus ist bereit für den Ritt. Let's go. Oh. Oh, oh, oh. Was geht ab? Was? Ey, ich... Was geht ab? Ich sehe gar nichts mehr. Was ist denn jetzt irgendwie... Was ist denn jetzt hier... Phase? Okay. Haben wir den... War der Moser da schon inzwischen? Hä? Den habe ich doch nicht einfach so weggehittet, oder? Ist der geflohen? Ich trau dem Braten nicht. Ich habe nicht mitbekommen, dass ich den Moser weggemacht habe. Der war einfach nicht mehr da, aber irgendwie ist ja auch so viel durchgelaufen eben. Die Frage ist, will ich jetzt hier schon durchschwimmen? Ach! Was? Man kann einfach von da unten. Ach so. Da oben ist der Basu. Okay, ich verstehe. So. Wir haben das Artefakt des Brutalen, heißt es, glaube ich, ne? Das Problem ist nur, ich kann das halt nur einmal aufsammeln pro Lebensform. Wir brauchen es halt noch ein zweites Mal. Ich habe den Otter nicht mitgenommen. Wir müssen nochmal wiederkommen mit dem Otter. Das mache ich noch auf jeden Fall. Wir wissen ja jetzt, wo es ist. Wir können ja einmal hier durchschwimmen wieder. Und vor allem bei dem Basilu dann mitnehmen. Und vielleicht nehmen wir auch noch die Explorer Note mit. Ein Level 180er Moser jetzt. Oh, ein Moser Level 300. Das ist ja sehr nett. Naja. Hm. Wir sagen mal so, zum Glück müssen wir da nicht lang, oder? So. Wir sind mal wieder in dem Fluss. Kommt das doch noch ganz schön praktisch. Ich packe einmal das Artefakt hier in die Kiste. Dann können wir nämlich nochmal mit dem Basilu einmal unter Wasser. Können wir uns das einfach ein zweites Mal holen. Oh, verdammt. Es ist einiges neu gespawned gerade. Unter anderem halt auch ein Moser wieder. Ich habe den Tuch so draußen gelassen. Oder ich habe den Tuch so mit. Ich habe ihn nur nicht aktiviert. Sehr gut. 270 hat er diesmal nur. Das ist ja entspannt. So. Adeus. Schreib an. Er weiß gar nicht, was abgeht. Das war es mit dem Kollegen. Alles klar. Kein Problem. Mal gucken, was jetzt hier drin ist im blauen Drop. Es ist ein Megalosaurus-Sattel drin. Aber in blau sogar. Oh. Also in diesem... Was geht ab? Hallo? Hallo? Jetzt nicht hier abdrehen. Danke. Oh, ein Reitier. Verdammt mal. Leider nichts, was wir brauchen. Wie schön wäre das für... Entschuldigung. Für so ein Megatherium oder so. Oder für ein Rex oder so. Keine Ahnung, Mann. Jedenfalls. Nr. 2. Im Besitz. Sehr schön. Dann haben wir es aber auch. Dann geht es jetzt raus. Nochmal schnell einen roten Drop mitnehmen. Was ist drin? Es ist... Es ist so lächerlich. Was soll ich denn damit? Primitiv auch noch. Das ist so lächerlich. Ich meine, von dem roten Drop kann man doch schon mal erwarten, dass da ein bisschen was Besseres drin ist oder täuscht ich mich da? Na ja, wie dem auch so sei, wir werden mal eben das nächste Artefakt... Auf welcher Seite packen wir das denn? Habe ich immer links, rechts, links, rechts gemacht? Ich glaube, wir packen uns einfach hier hin. Haben wir hier drin gepackt. Das heißt, das Artefakt des Brutalen ist es, glaube ich. Haben wir jetzt auch. Wir haben sozusagen Artefakt Halbzeit. Wir haben noch fünf weitere, die wir brauchen. Das ist es dann soweit von mir. Gerne dem Video einen Daumen nach oben geben. Gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lund. Ciao. Ciao. Ciao.